Also auch wir als Saatgutunternehmen, Saatzuchtunternehmen sind ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Wertschöpfungskette Zuckerrübe. Also wir sind dafür verantwortlich, dass der Landwirt den Rohstoff produzieren kann. Und in dem aktuell wirtschaftlichen schwierigen Umfeld ist es natürlich auch für uns eine Herausforderung. Wir haben das politische Thema, Wegfall von gesellschaftlich nicht gewollten Wirkstoffen, Neonicotinoide zum einen. Zum anderen die klimatischen Herausforderungen, neue Insekten, neue Krankheiten. Und zum anderen fehlen wir hier, fehlen uns hier, allen Züchtern zusammen, der Zugriff auf die neuen Züchtungsmethoden. Was aus meiner Sicht absoluter Eingriff ist auf die Wettbewerbsfähigkeit in der Welt. Also wenn es dieser Zuckerrübe schlecht geht, geht es mir vorgelagert eigentlich als erstes schlecht, dem Saatgutzüchter. Was aus meiner Sicht absoluter Eingriff ist auf die Wettbewerbsfähigkeit in der Welt.